Hallo, ich bin Barbara Bayer. Ich trainiere Pferde hauptberuflich und aus Leidenschaft. Ich reite seit ich ein kleines Kind bin. Ich bin vor einigen Jahren zum Westernreiten gekommen. Zuerst mit Terry Deezer Percher und dann für Silvia Cepka und Wernse Percher. Mittlerweile bin ich selbstständig, arbeite aber noch immer mit meinem Mentor zusammen. Also Wern und ich sind noch immer ein Team auf der Flying P-Range in Mannersdorf. Und wir bilden Pferde aus ab dem ersten Moment unterm Sattel bis hin zum fertigen Schumpferd. Und lieben unsere Arbeit.